Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öl hier und herzlich willkommen zum ersten Rocket League Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, ihr alle habt euch ja dieses Spiel gewünscht und es ist momentan einfach noch richtig angesagt. Mit dabei habe ich heute zwei Freunde von mir, die können sich jetzt mal direkt vorstellen. Ja, Kami hier. Hi, Leute. Und der Kevin hier. Hi, Leute. Ja, wir haben uns noch überlegt, dass wir ein schönes 3 gegen 3 machen. Und für diejenigen, die noch nicht wissen, was das für ein Spiel ist, das ist so eine Art Autofußball. Also wir müssen mit dem Auto hier rumfahren und dann hier den Ball ins Tor kicken. Das wird mega viel Spaß machen. Ich zeige euch mal direkt hier unsere Garage. Da kann man nämlich sein Auto auswählen. Wir haben momentan hier den X-Devil ausgewählt. Dann könnt ihr ja noch zum Beispiel hier die Farben ändern oder ihr könnt hier die Felgen, alles mögliche ändern. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel. Dann würde ich auch sagen, sehen wir uns gleich direkt im Spiel wieder, damit ihr mal sehen könnt, wie das Spiel so abgeht. Alles klar, Leute. Bis gleich. Passt das so? Ja. War ganz cool, ne? Da war aber nur halt diese Verzögerung, weil ich dachte, Kevin wird sich das vorstellen. Und ich dachte, du willst es. Genau, ich habe gewartet. Ich dachte jetzt, ey, warum redet denn keiner hier? Stell dir vor, wir beide hätten zur gleichen Zeit was gesagt, dass wir ja noch scheiße kriegen. So, Freunde, da war es schon direkt unser erster Spiegelfunktion. Los geht's. Da ist der Ball. Oh, 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 oh. So, und das Ziel ist es hier, den Ball ins andere Tor zu kicken, Alter. Was geht denn hier ab? Boah. Scheiße, man kann hier rückwärtssalto und alles machen. Hier muss man auch Vitro mit einsammeln. Da ist unser Tor. Wir dürfen hier kein Tor kassieren. Ich habe den Ball hier. Und ich schlag den Tor. Wo ist der? So, mit Nitro, den Ball. Komm, 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 schieß ihn rein. Lauf, lauf, da ist der Ball. Kick ihn rein. Ja, jetzt, nein. Ich bin vorbeigeflogen. Tor, nein. Scheiße. Jawohl, jawohl, Tor. Ja, Tor? Habe ich gar nicht gesehen, Alter. Da ist der VIP-Boss. Zeig mal die Wiederholung. Da, der VIP-Boss hier. Was für ein Treffer. Alter, was war das denn? Da kullert der Ball rein, ey. Junge, 1 zu 0 für uns, ja. Ja, ein Spiel geht, glaube ich, hier fünf Minuten. Und man kann hier Nitro auf dem Platz einsammeln. Das sind diese Felder hier. Komm, Nitro hier auf den Platz legen. Oh, jo. Komm, wir müssen direkt nachlegen. Und ja, momentan gibt es das Spiel umsonst in Playstation-Stores. Kann ich euch nur empfehlen, downzuloten. Normalerweise kostet das Geld. Also, diejenigen, die eine PSV haben, schlag dazu. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Der Ball geht ins unser Tor. Holt ihn euch. Scheiße. Ach, der Kevin... Fuck. Hast du ein Eigentor gemacht? Der Kevin hat den reingehauen. Ach, du Scheiße, Alter. Ich wollte den klären, irgendwie. Dann weißt du, dass der macht den Eigentor. Den hast du so schön geklärt. Also, wir sind Team Orange gegen Team Blau. Ah, Mann. Jetzt müssen wir wieder in Führung gehen. Jetzt hole ich mir den Ball. Boom. Ja, komm, ich kriege den, ich kriege den, ich kriege ihn. Komm, jetzt gehen rein, geh rein. Ja, der geht rein. Golazo. Was? Oh, jo. Wie man immer wegflickt, wenn man ein Tor schießt. Das ist ja krass, ey. Das ist auf jeden Fall ein schönes Tor hier. Zack. Zieht er durch. Und bam. Oh, noch abgebremst. Das Spiel könnt ihr auch mit euren Freunden zocken. Privat, das macht unnormal viel Spaß. Wirklich, Leute. Lädt euch runter hier. Das ist kostenlos im Store. Bam, Junge. Oh, oh. Komm, Jungs, wir müssen das Spiel gewinnen, ja? Oh, fuck, Alter, wo ist der Ball? Der fliegt hier. Man kann auch den Controller, man kann auch die Kamera ändern, dass man den Ball verfolgt. Aber dann hast du eigentlich ein paar Einschränkungen. Ups, nein. Ah. Weg, fuck. Ui, oh. Könnt ihr auch springen, Fallrückzieher machen, so ein Salto rückwärts. Ah. Komm, Jungs, holt euch den Ball. Jetzt komme ich, jetzt komme ich. Da bin ich. Nein. Scheiße. Oh, oh. Zieh durch, zieh durch. Fuck. Klär den, klär den. Nein, nein, fast Eigentor. Komm, ich gehe jetzt über die Linie. Übersteiger, waka, waka. Skill mal hier, bisschen. Fuck, geht's den Rabona-Flake aus. Wir müssen die Pille wegkriegen, Jungs. Komm, komm, da, da, da. Bam, Junge. Jawohl. Scheiße, wir brauchen Nitro unbedingt. Ja, Mann. Wo ist der, wo ist der? Ja, da geht rein, sauber. Der Kevin hier mit dem Tor, Alter. Schön. Boah, von wo? Alter, da kommt er mit seinem Nitro. Alter. Nein, Mann. Was ist das denn für ein Volli, ey? Das erinnert einen voll an die Alt-Auto-Ball-Werenda-Spiele, ey. Warte, man ist super stark. Jeder von uns hat ein Tor geschossen. Ja, Mann. Wir müssen das Spiel gewinnen, Jan. Das erste Spiel. Zieh durch. Boah, der VIP-Bus hast du für den Helm da an, ey. Polizei-Helm habe ich draufgelegt. Hände hoch, Polizei. Komm, komm. Oh, fuck. Shit. Mann. Da ist der Ball. Nein. Ich muss immer schön Nitro aufsagen. Ja. Oh, nein. Weg, 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 Jungs. Schön. Komm, Kami. Linie, Linie. So. Ich kriege den, ich kriege den. Nein, nein. Oh, fuck. Ich mache fast dein Tor. Okay, jetzt nach vorne. Komm, ich gehe Linie. Ah, da kommt der eine Pisser schon. Oh, ne, junge. Oh, nein, 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 nein. Ich kläre den. Boah, ich habe den gerade noch geklärt. Was eine Kläraktion hier. Okay, jetzt nach vorne. Jetzt kommt er. Kick, kick, kick. Ja. Komm, 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 lauf. Schieß, Kevin. Schieß. Scheiße. Ja, der geht. Nein. Wo ist der? Der geht rein. Ja, sauber. Boah, Alter, was ein geiles Tor hier, ey. Ich bin auch dazu. Guck mal, wie das da aussah. Boah, habe ich den noch gerade getroffen, ey. Und da kommt ich meiner auch noch. Krank, ey, krank. So, 4-1 für uns, wir machen den Gegner platt. So muss es sein, Jungs. Oh. Wie war das? Gibt es ja irgendwie eine Online-Liga oder so, ne? Kann man auch über FIFA aufsteigen, alles? Oder wie ist das? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall gibt es hier Ranglistenspiele. Okay. Da können wir uns auch die Tage mit befassen. Ja, können wir mal gerne machen. Mal 4 gegen 4 oder 2 gegen 2. Ja, also man kann ja alles Mögliche. 1 gegen 1, 2 gegen 2 und, und, und. Bis 4 gegen 4 kann man spielen. Je mehr Leute, desto mehr durcheinander ist hier auf jeden Fall. 3 gegen 3 ist schon optimal. Was hat der eine für den Schleim hier denn? 3 gegen 3 ist auch Standard hier. Ja. Boah, jetzt kriege ich ihn. Ich habe ihn. Komm, nein. Nein, komm. Ja, komm, der geht rein, der geht rein. Nein. Kriegst du, kriegst du, kriegst du. Wo ist der Ball, Alter? Ich fliege jetzt mal an der Decke hier lang. Boah, ich mache das. Ich bin einfach explodiert. Ich bin an der Decke. Junge, Junge, ey. Meiner sieht aus wie ein Dragon Ball, mein Auto. Ohne Witz wegen den Sternen und so. Da, schöner passt zu mir nach außen. Ich krieg ihn. Ah, Mann, der fällt ab. Ach, den Mann. Komm, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Ich krieg den. Geh weg, Kevin. Ich habe den voll weggekickt. Hau den mich da einfach weg. So, jetzt leg mal den auf. Da, da, da. Leg mal auf, ich mach den rein. Komm, mach ihn. Schieß rein, Kami. Nein. Ja, so war. In O, das habe ich gepartet. Ich wollte, dass du mir den auflegst. So, eine schöne Flanke hier. Ja, du hast mir den aufgelegt und genau darauf habe ich gewartet. Mit dem Helm hast du den berührt. Mit dem Kopfbeisauer. Wie wichtig es ist, so einen Helm zu haben. Ja, Mann, muss ich mir auch mal den nicht zu sehen. Nicht nur beim Fahrradfahren, sondern auch bei der Lockedriff. Scheiße, ey. Scheiße. Okay, ich warte hier wieder. Ja, da lach ich. Ich mach ihn. Boah, Junge, was ein Schuss. Pfosten. Nein, Pfosten. Scheiße. Den Dreck Wolli genommen. Echt? Ein Nitro mehr. Oh, fuck. Ich muss Nitro besorgen. Oh. Oh, wo ist der Ball? Scheiße, der Ball fliegt an mir vorbei. Da ist er, da ist er. Jetzt kommt er. Kommt er. Kommt sie durch, Kevin. C-O-O zieht er durch. Mal kommt. Ich mach ihn, ich mach ihn. Goal läuft. Ey. Komm hier, Alter. Und wann nimmst du den Ball weg? Ich war zu schnell. Ich war doch gerade am Tor. Oh, ich habe den Wolli genommen. Boah, was ein Tor. Jungs, das müsst ihr euch reinziehen, Mann. Ich habe den Dreck Wolli genommen. Oh, Mann. Boah, guck mal, was für eine Vorlage von dir. Guck mal, ich habe den direkt Wolli genommen. Guck mal. Boah, BAM. Ist der Tor eigentlich reingemacht, wenn ich nicht mit 800 kmh da reingezwischt? Richtig geiles Tor, Mann. Ey, das Spiel macht so Laune. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Wir machen den Gegner gerade richtig platt. Fuck, fuck. Das ist unser erstes Spiel vor heute. Wir haben uns gar nicht eingespielt, oder? Das ist auch schon krass. Ja, die Server funktionieren ja auch eigentlich nicht so gut. Ja, weil das momentan so viele zocken, das Spiel ist echt verdammt gehypen. Machst du, Kevin? Oh, nein. Ich gehe auf die Linie. Das war ein Eigentor von mir. Fuck. Eigentlich haben wir zwei Eigentore geschossen. Ja. Richtig auf Brille. Guck mal, jetzt komme ich da und boom, Eigentor. Scheiße, Mann. Egal, wir führen ja noch hier mit 6 zu 2. Eigentlich dürfen wir. Ja, eigentlich haben wir schon so gut wie gewonnen. Ja. Komm, komm, komm. Jetzt hier nochmal. Boom. Anstoß-Tohl. Schade. Ah, habe ich nochmal bekommen. Komm, komm, komm. Weiter, weiter, weiter. Äh? Ist doch frei. Komm, Bezieher. Nein. Verkasse hast du. Komm, Kevin. Linie, Linie. Schön, schön. Zieh durch. Boah, mir ist jemand am Bohren gerade schön. Oh, geil, ey. Noch 30 Sekunden. Rettet ihn. Hast du. Ey, der Eigentor ist ein Feuer. Guck mal, jetzt Fallrückzieher. Boom. Geklärt. Oder? Okay, na. Nein. Ey, geil. Egal. 6 zu 3. Ja, wir haben immer ein paar Tore kassiert, Jungs. Aber egal. Erster Spiel, erster Sieg. So kannst du weiterkennen. So musst du starten. Jetzt schauen. Das ist wieder ein drittes Eigentor. Komm, jetzt nochmal ein schönes Tor im Anstoß. Guck mal. Boom. Nein. Oha, wo ist der Ball da hinten? 20 Sekunden. Oh, fuck. Wo ist er? Da, da, da. Nicht schon wieder ein Eigentor hier. Letzten 20 Sekunden. Komm, ein Tor geht noch. Da ist ein Wagen explodiert. Ja, ich. Ach, der. Komm, jetzt, jetzt. Ah, den kriege ich. Den kriege ich. Guck mal, ich überhole den, ich überhole den. Komm, eins gegen eins. Fuck. Komm, ein Tor noch. Komm, fünf Sekunden. Ich hab ihn. Komm, ja, ich kriege ihn. Komm. Jetzt, guck mal, Fallrückzieher. Nein. Ich bin so schön aufgelegt. Aber egal, wir haben gewonnen. Ja, Freunde. Wir haben unsere erste Spiele gewonnen mit 6 zu 3. Wir haben einen neuen Wagen noch freigeschleißen. Das macht auf jeden Fall echt mega viel Spaß. Und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch ein Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Freunde. Da haben wir uns schon direkt unser zweites Spiel gefunden. Los geht's hier, Alter. Und dann nochmal kämpfen und alles geben im letzten Spiel hier. Komm, schon, komm, schon. Fuck, fuck. Komm, 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 komm. Komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Leck auf, leck auf. Komm, Koyo, der Ball geht da hoch. Fallrückzieher. Boom. Okay, der kommt zu mir. Nicht schwer. Da, Tor. Oh mein Gott, Tor von mir, Alter. Ja, ich muss deine Scheisse schenken. Guck mal jetzt, mein Fallrückzieher. Guck mal jetzt. Boom. Guck mal, was denn trifft uns. Alter. Richtige FIFA-S-Games. Du bist halt hochgefahren? Ja. Du hast den dabei reingemacht. Ja, Mann. Ich glaube, es ist Timing gehabt gerade, ey. Irgendeine richtige Matrix-Aktion. Komm, komm, komm. Jetzt wieder unter der Wand. Ah, das war gerade echt Glück, glaube ich. Och, Mann. Nein, nein, nein. Das Spiel müssen wir ja wieder gewinnen. Den haut ich dir weg. Oh, der kickt den weg. Guck mir nach vorne. Nein. Nein. Ah, fuck, Alter. 1 zu 1, ey. Jester, der Pisser. Scheiße. Wo hat der den denn reingemacht von da? Wir beide haben den reingemacht. Ah, wir haben dir quasi den Ball vorgelegt, ey. Scheiße. Mann, Mann. Ja, komm, 1 zu 1, das kriegen wir hin. Jetzt direkt Nitro. Juuu. Bam, Junge. Oh, fuck, falsche Richtung. Wo ist denn der Ball immer? Da. Oh, jo, da kommt der jetzt wieder. Ah, fuck. Junge, Junge. Oh, jetzt komm. Wo ist denn der Ball? Da, der ist an unserem Tor. Komm, Carmi, den kriegst du. Ab dem Schleif nach vorne. Jetzt. Ah. Nein. Wo ist er? Irgendwie den Ball nach vorne. Ja, ja, ja. Da. Ich kicke ihn jetzt gerade über die Bande nach vorne. Einfach nach vorne. Und den Rest. Ja, 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 ja. Ey. Wo ist er denn? Und da ist es 2. Nein, nein, nein. Ich habe ihn geklärt. Komm, jetzt die Linie. Komm. Ah. Er geht jetzt an die Mitte. Komm, jetzt durchziehen mit Nitro, Jungs. Komm, komm, komm. Ich habe ihn. Ich bringe jetzt die Flanke. Komm, komm. Genau. Ah. Mann, wo ist der? Da in der Mitte wieder. Okay. Hab ich. Habt ihr, Jungs? Nein, keiner geht hin. Egal, den überholen wir beide. Schön, Jungs. Oh, jo, hab ich. Boah, Junge, was ein Pass über die... Oh mein Gott, das war ein schöner Doppelpass. Hey, Schub jetzt nicht. Ich hätte den gehabt. Schiri, faul, Alter. Jetzt komm, komm, Kami, Kami. Nein, du... Warte, jetzt noch mal. Ah, ich bin vorbeigefahren. Scheiße. Mann, den hätte ich so schön reinmachen können. Fuck, den hätte ich so reinmachen müssen. Das nennt der Abiturient antizipieren. Ich hätte den reingemacht. Ah, sag doch was. Was ändert. Oh, mein Kopf dreht sich schon hier, ey. Komm, 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 wir müssen uns, Alter. Wir müssen das Spiel gewinnen hier. Der Ball ist wieder ganz... Oh, der eine fährt die Wand hoch. Schön, Herze. Guck mal, alle fliegen vorbei. Jetzt, schöner Pass. Komm, Kevin. Okay, leg auf. Ich hab ihn... Jetzt, oh, was, ein Schuss. Der geht... Warte, warte, jetzt. Komm, Maki. Nein, ich mach ihn. Goal. 2-1 hier. Junge, Junge, ey. Ich schuhe mir den Ball selber und dann lege ich mir den selber vor die Hüste. Ich hab gedacht, der andere klärt den jetzt, aber der andere ist voll vorbeigefahren. Hätte erklären müssen. Ja, Mann, ey. Aber egal. Jetzt müssen wir Führung ausbauen. 2-1. Komm, die Führung bauen wir aus. Nitro, komm, Anschlusstor, den kriege ich. Boom. Nein. Ist der Ball? Okay. Schmeiß nicht. Ach. Jetzt Fallrückzieher. Oh, nein. Jetzt aber. Den nehme ich mir. Den nehme ich mir. Schön, schön, schön. Jetzt geht sie durch. Gami, Nitro, schieße 3-1. Sauber. Schau. 3-1, ey. Guck dir das Tor an. Von wo? Guck mal, jetzt. Freystein hinterher. War das ein Powershot. Ach, Dick. Ich hatte den Lurit noch. Ja. Aber du hast den leider wieder ein bisschen weggeträngt. Ich wollte abstauben. Komm, jetzt, komm, jetzt, komm, jetzt, komm, jetzt, komm. Jetzt, komm, jetzt, Jungs. Boah. Boah, Junge, Enkel hat mich voll geschubst von hinten. Ist das nicht? Dann haben wir da. Oh, fuck, Martin, hole ich uns. Komm, komm, ich hab mich. Oh, fuck, der sieht nicht gut aus. Der sieht nicht gut aus. Leck damit. Oh, schön geklärt hier. Wunderschön, jetzt hole ich den noch. Oh, fuck. Komm, ich hab mich. Fuck, der Wall ist hinter mir. Da ist er. Komm, mach ihn. Leg vor. Entschuldigen. Ach, alle springen. Nein. Doch, ich springe daneben. Junge, Junge, Junge. Wo ist er denn? Dahinten. Komm, jetzt, jetzt. Warte, jetzt. Mach ihn, mach ihn. Ich klär ihn doch noch. Oh, fuck, du machst ein Wettrennen gegen den einen da gerade. Jetzt hab ich ihn. Ah, fuck. Falsche Richtung. Durchziehen, durchziehen. Hast du, hast du. No, wow, 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 nein, nein. Nein, ich fahr noch. Ich hab ihn, ich hab ihn geklärt. Komm, Jungs, ich klick, ich klär ihn gerade. Okay, bring ihn nach vorne einfach. Boah, Junge, was dein Pass. Du hast gesehen. Das Ding rein. Oh, mein Gott. Über die Wand, Alter. Ey, ich bin voll explodiert, scheiße. Fuck, mach ihn rein, Jungs. Mach ihn rein. Und das Spiel ist so geil, das macht ja mehr Spaß als FIFA. Komm, jetzt, warte. Ah, fuck, ich bin gegen dich geknallt. Ah, je, guck dir das rein. Ja, Mann, 4-1, Alter, sauber, Jungs, sauber. Richtig geil. Alles geplant. Boah, jetzt. Junge, Alter, hast du jetzt selber. Oh, das war echt ein geiles Tor. Heute nur geile Tore dabei, ne? Ich fand, mein erstes Tor war echt schon das Highlight, oder? Dieser Fallritz, ja? Ja, aber ich fand auch den einen von dir geil, wo du die Wand hochgelaufen, nein, hochgelaufen meinst. Hey, den mein ich ja, den ist es doch mein ich ja. Ja. Boah, einfach Fallritz von der Wand. Hier braucht man auf jeden Fall auch gutes Timing für das Spiel. Am Anfang wird man da... Alter, wie weit bin ich denn geflogen? Ey, ich hab keinen Nightfro, sonst hätte ich ihn reingemacht. Wo ist der Ball? Ah, da. Der ist hier. Komm, jetzt, bring uns schöne Flanke, komm, Flanke. Warte. Ja. Ah, ich, nein. Mach ihn, mach ihn. Jetzt, mach ihn. Hahaha. 5-1. 5-1. Jungs, wir sind ja mal hier ein zweites Spiel, zweiter Sieg hier. Boah, da hast du noch die Kurve bekommen. Ja, Mann, ich hab noch schön Nid reingesetzt und dann zack, die Bibi. Das schaut jetzt wieder nach einem Sieg aus. Ja, wir dürfen jetzt nicht wieder zwei Tore kassieren, ja. Oh, Mann. Ich drück ab und zu mal Dreieck, damit man den Ball so in der Perspektive hat und dann wieder weg. Oh, was macht ihr denn alle da? Oh, jetzt ist der Ball ganz oben. Die Sprenger ist alle rein. Jetzt kommt der. Jetzt komm ich Fallrücks hier ab. Boom, nein, scheiße. Ich weiß nicht, dass ich das vorhin hinbekommen habe, aber so viel Timing. Das Timing war einfach perfekt. Nein. Ich sprich zu früh, sonst hätt ich den reingemacht. Da ist der Ball. Okay, da. Boah. Oh, fuck, kommt er für die? Nein. Den kriegen wir. Oh, Junge. Jungs, wir fahren nur mit drei Leuten hin. Oh, fuck. Warte, jetzt hole ich mir den. Bam, Junge, perfekt. Komm, Jungs, ein Tor geht noch hier. Oh, fuck. Komm, Jungs, klätt den Ball. Boom, den rette ich. Warte, warte, ich nehme den, ich nehme den Volley. Ah, fuck, fast bekommen. Ich hab keinen Night-Tron noch. Da, 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 da. Jetzt hole ich mir den. Ich komm da. Oh, fuck, voll an der herbeigeflogen. So. Jetzt, die mache ich. Ich nehme mal eine Runde. Ihr macht nichts, komm, geh rein. Ja, komm, schießen. Leg vor, leg vor. Nein, falsche Richtung. Scheiße, schon mit dem jetzt. Boom, nein, scheiße. Uh, nochmal die Wand hochfahren. Und nochmal ein paar Saltos. Und ja, Freunde, wir gewinnen das zweite Spiel. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Und dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle hier auch von unserem ersten Rocket League Let's Play. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Euch denke ich auch, Jungs, oder? Ja, sicher. Klasse, bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn wir die 10.000 Daumen schaffen, dann machen wir auf jeden Fall direkt die nächste Folge, Freunde. Und ich denke mal, es wird sehr gut ankommen, weil mir macht es persönlich auch richtig viel Spaß. Es ist so eine Art FIFA, Just for Funny, Mario Kart, alles mit dabei am Start. Und ja, das war es dann jetzt auch. Haut da rein und ciao.